Hallo ihr Lieben und Willkommen zu einem neuen Deklatter. Ich hoffe, die Speicherkarte reicht diesmal aus. Nicht so wie beim letzten Mal, das war ja ein bisschen Fail. Aber ich glaube, dieses Mal wird das hoffentlich klappen. Heute gibt es meine Lippenstifte und wenn ihr das sehen könntet, ich schwenke jetzt mal nicht drüber. Ihr werdet im Laufe des Videos sehen, wie viel das Ganze ist. Es ist viel. Ich werde das Video wahrscheinlich in zwei Videos splitten, weil das sonst ein bisschen lang werden könnte. Und ich habe die Hoffnung, dass ich hier wirklich gut ausmisten kann. Ich werde mein Bestes geben. Ich fange einfach mal an. Ich greife mir mal direkt ein paar Lippenstifte und gehe durch. Ich habe jetzt P2 Most Charming Lip Fluid. Finde ich jetzt nicht so mega, dass ich es unbedingt brauche. Deswegen kommt es weg. Dann habe ich NYX den Butter Gloss in, wie heißt es noch gleich? Creme Brulee. Werde ich mal behalten. Das ist ein ganz natürliches. Genauso wie von Essence All That Grace Lip Gloss. Den habe ich mal zugeschickt bekommen. Der ist auch richtig schön dezent. Mag ich sehr, sehr gerne. Behalte ich deswegen. Dann habe ich von Essence aus der Funfair Edition so ein Lipstick. Ja, der kann weg. Ich stehe gar nicht mehr ganz so durch. So mega krass pink. Also finde ich immer noch schön, aber ich brauche nicht so viele Lippenstifte davon. Dann habe ich hier noch einen von Essence. So ein Lip Gloss. Und die Sekunde, den muss ich mal ganz kurz... Ah ja, der ist schon schön. Ich glaube, den behalte ich erstmal noch. Dann habe ich hier einen von Trended Up Ultra Wear Nude Pen Matte. Ich gucke mal gerade. Oh, der ist sehr schön. Den behalte ich. Fängt ja schon gut an, ne, Leute? Oh, ganz klar. Astor, dieses Soft Sensation Lip Color Butter. Die liebe ich. Die werde ich behalten. Habe ich hier gerade noch einen? Ne, gerade nicht. Aber ich habe davon noch welche. Die behalte ich alle. Die sind super. Genauso wie diese hier. Davon habe ich euch schon so oft erzählt. Das sind meine Lieblings Liquid Lipsticks. Und zwar die von Astor. Doch, die gibt es noch. Und ich liebe die. Die halten wirklich den ganzen Tag. Sind für mich das Beste, was es überhaupt zu kaufen gibt. Und dann noch in der Drogerie. Also die behalte ich alle. Dann von Trended Up den High Shine Lip Gloss. Den möchte ich auch nicht mehr weiter benutzen. Wie gesagt, Lip Gloss ist auch nicht so mein Ding. Dann von Revalde Loop den Matte Finish Color. Ne, brauche ich auch nicht. Üh, wo ist denn hier der Deckel? Ach da. Studio 78 Paris. Das war immer in einer Box. Das ist auch so ein schön natürlicher Lip Gloss. Und da ist der Deckel kaputt. Deswegen mag ich den ungern verschenken oder so. Deswegen werde ich den, glaube ich, selbst behalten. Dann Colourpop Liquid Lipsticks. Da habe ich so kleine mal bei der Bestellung mit dazu gekriegt. Und die sind auch richtig toll. Behalte ich. Catrice Pure Shine Lip Balm. Tinted Lip Balm. So sehen die aus. Ähnlich wie die von Astor. Ja, behalte ich auch. Dann habe ich hier von Revalde Loop so ein Kit. So ein Lip Color Palette. Die behalte ich noch, weil die habe ich noch nicht einmal getestet. Wie man vielleicht sieht. Muss ich auf jeden Fall noch austesten unbedingt. Danach geht es weiter mit Urban Decay Naked. Hier hat ein Lip Gloss. Den behalte ich natürlich. Essence Summer Fun Lipstick. Der kann weg. Make-up Factory High Shine Lip Gloss behalte ich. Genauso wie mein Marc Jacobs Lip Gloss in der Farbe Sugar. Sugar Sugar heißt er. Der war in meiner Box. Dann habe ich hier von Essence Winter Glow einen Cushion Powder Lipstick. Der so pudrig ist. Den habe ich zugeschickt bekommen. Und ich finde den ganz schlecht. Ich mag keinen Puder auf den Lippen. Ich finde das irgendwie unangenehm. Und ja, mal gucken. Vielleicht mag der eine Freundin von mir vielleicht haben. Das wäre natürlich ganz praktisch. Ich greife mal weiter. Hier habe ich wieder einen von Colourpop. Den behalte ich. Ein NYX Lingerie Lipstick. In der Farbe Exotic. Exotic ist echt eine tolle, tolle Farbe. Finde ich sehr, sehr gut. Aber ich bin nicht so ein großer Fan von diesen Lingerie Lippenstiften. Wie so viele. Also viele finden die ja so mega. Das kann ich nicht bestätigen. Ich finde die nicht so super. Aber den behalte ich, weil ich finde die Farbe echt toll. Ich bin eher ein Fan hier von meinen Kat Von D Liquid Lipsticks. Das hier ist Lolita. Ich glaube ganz normal Lolita. Ja. Und den behalte ich natürlich. Wieder einer von Astor. Und mein Kylie Cosmetics Lipstick in der Farbe 22. Ist das 22? Ja, 22 heißt er. Den finde ich auch ganz gut. Aber ist jetzt auch nicht mein Favorite. Da mag ich die von Astor immer noch lieber sogar deswegen. Aber den behalte ich auf jeden Fall. Von MAC ein Lippenstift. Und zwar ist das Burnt Spice. Den behalte ich auch. Dann habe ich hier von NYX noch so ein Lingerie Lippenstift. Und ich bin mir nicht sicher. Das ist die Farbe Teddy. Ist so ein richtig krasses Braun. Aber da ich so einen nicht habe ansonsten, glaube ich, behalte ich den sogar. Ich glaube, ich würde ihn sonst eigentlich weggeben. Aber so einen Braun besitze ich sonst nicht. Deswegen, naja. Für alle Fälle. Dann habe ich hier von Kiko so einen Lippenstift. Den brauche ich nicht. Ist nämlich eine ganz normale Farbe. Kann und kann dann weg. Diese Catrice Liquid Lipsticks finde ich eigentlich, sorry, so rum sind es besser zu sehen. Die gibt es nicht mehr. Die finde ich allerdings ganz gut. Aber irgendwie sind die auch schon alt. Und ich glaube, ich tue sie erst mal in den Pott, der wegkommt. Werde ich nachher noch sortieren, was ich da verschenke und was ich wirklich Müll werfe. Weil die sind wirklich schon sehr alt. Muss ich mal gucken. So, weiter. Meinen Lime Crime Lippenstift behalte ich. Dann habe ich hier einen von NYX. So sieht die Farbe aus. Brauche ich auch nicht. Kann auch weg. Dann habe ich hier so, da kommen gleich noch zwei. Das war in so einem Set mal von P2. So kleine, süße. Die sind richtig, richtig toll. Die mochte ich und deswegen behalte ich das. Dann habe ich hier einen von Essence. So sieht die Farbe aus. Ist die Farbe 17. Kann weg. Dann mein einziger von Benefit. Den behalte ich. Dann habe ich einen von Jelly Pompon aus der Glossy Box mal. Der kommt weg. NYX, die Farbe, wenn ich mich täusche, ist das Transylvania. Ja. Behalte ich, weil der so richtig schön dunkel ist. Obwohl ich da auch nicht so ein Fan von bin. Hier noch einen von den Made to Stay von Catrice. Kommt weg. Ein Colourpop, die ich ja behalte. Ja, behalte ich dann logischerweise. Von Sleek ist hier einer. So ein etwas dunklerer. Ja, ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, den behalte ich. Der ist ganz schön. Velvet Stick von Essence. Wird behalten. Von Smashbox Reflection High Shine Lip Gloss. Wird behalten. P2 Miss Perfect. Der kommt weg. Oh, hier von Sephora. So ein ganz, ganz tolles Türkis Mint. Das behalte ich. Ist ganz, ganz, ganz schön. Dann habe ich hier noch von Essence, die 07 Natural Beauty. Die kennt man ja, glaube ich. Den behalte ich auch. Finde ich nämlich echt schön für Drogerie. Hier so, dann Essence Made to Stay Matte Lip Cream. Finde ich sehr, sehr gut. Behalte ich. Trended Up Lip Powder. Wie ich eben schon sagte, ich stehe nicht auf Powder, deswegen weg. Dann hier noch so 023 Dare to Wear von Essence. Der kommt auch weg. Noch einer von Essence 2, die 13 Love Me. Ich gucke mal, wie die Farbe aussieht. Auch schön, aber der kommt weg. Ich muss echt mal ein bisschen was wegkriegen hier, weil ich habe so viel. Und durch meine Boxen bekomme ich immer mehr. Catrice, die Farbe, also von den Ultimate Color Lipsticks, die Farbe 20 Maroon. Den habe ich mir mal in Hannover gekauft, als ich mit einer anderen YouTuberin unterwegs war. Finde ich irgendwie ganz schön. Deswegen glaube ich, ich weiß nicht, doch, ich behalte ihn. Plumping Lip Gloss. Der kommt weg. Dann habe ich hier einen von Gerard Cosmetics. Den habe ich, glaube ich, doch, habe ich schon mal ausprobiert, glaube ich. Den behalte ich. Trended Up Infinity Beauty. Das ist einer Seite ein Lip Liner, anderer Seite der Lippenstift. Habe ich zugeschickt bekommen. Da habe ich noch einen rot. Die werde ich behalten. Finde ich sehr, sehr gut. Und auch hier den Nude Stick. Den werde ich auch behalten. War mal, ich glaube, in einem Kalender. Ein blauer Lippenstift von Essence. Den behalte ich natürlich, weil ich habe so keine farbigen Lippenstifte großartig. Dann habe ich, also sage ich gerade und dann kommt jetzt hier mein Liquid Lipstick in Blau von Kat Von Lee behalte ich. Oh, upsala. Dann habe ich hier noch den Vibrant Shock von Essence. Fand ich vom Auftrag gar nicht so gut. Den habt ihr, glaube ich, einmal auf meinen Lippen gesehen. Ich glaube, dadurch kommt er weg, weil ich werde ihn wahrscheinlich nicht so oft tragen, weil er mir zu unsicher ist, sage ich mal, auf den Lippen. Hier, davon hatte ich eben erzählt, der rote noch, den ich zugeschickt bekommen habe. Den behalte ich. Coselle Duo Lipgloss, den habe ich mal in der Make-up Artist Schule bekommen. Den behalte ich da sehr gut. Noch einer von Colourpop und mein Lipgloss von Dior. Das behalte ich natürlich auch. Dann habe ich hier von Mimimi einen Lipglide. Und, ähm, oh ja, ist auch ein bisschen kaputt. Äh, kommt einfach weg. Brauche ich nicht mehr. Dann von Too Faced einen Melted-Matte-Lippenstift. Den wollte ich wahrscheinlich gleich auftragen, deswegen den behalte ich und lege ich erstmal schon mal an der Seite. Von NYX die Farbe London mag ich nicht so gerne, kommt weg. Dann habe ich hier von Make-up Factory einen Lippenstift, den behalte ich. Ähm, ein Lipgloss von Benefit und zwar Sugarbomb behalte ich ebenfalls. Eine NYX Soft Matte Lip Cream in der Farbe Ibiza, ähm, kann weg. Eine Sexy Balm von L'Oreal behalte ich. Von C.R.T. den Liquid Velvet, der wird auch behalten. Dann habe ich hier Catrice Matte Lip Artist. Sechs Stunden. Ähm, ich swatch den mal gerade. Oh ja, der ist schön. Ähm, werde ich erstmal behalten. Dann habe ich noch von NYX den Liquid Süd Lippenstift in so einem knalligen Orange behalte ich natürlich. Von Tarte, ein Tartist Lip Paint in dieser coolen Farbe behalte ich auch. Dann, davon hatte ich ja vorhin gesprochen, von Astor diese Teile, die behalte ich alle. Dann habe ich hier von Revlon diese gehypten Lip Butters, die es früher gab. Da ist schon sehr alt, ich denke, den werde ich wegwerfen. Ich finde die auch nicht so mega, muss ich sagen. Das war damals mal so ein Hype. Für Leute, die sich nicht verschminken, ist der vielleicht auch cool, aber ich mag lieber ein bisschen mehr Farbe auf den Lippen. Und deswegen brauche ich ihn nicht. Dann habe ich hier von Kryolan, auch aus der Makeup Artist School, ähm, noch eine Palette. Äh, ich kriege sie nicht auf. Die sieht so aus und wenn ich mal andere schminke, ist die ganz praktisch. Deswegen wird die auf jeden Fall behalten. Als nächstes habe ich hier von Makeup Revolution Atomic Shade. Das ist so ein Grün, aber der kann weg, den fand ich irgendwie nicht so mega. Dann habe ich hier einen aus irgendeiner Box, ich weiß schon gar nicht mehr, was das ist. Äh, Montalton, Autora, keine Ahnung. So ein Copperfarben, ne, den muss ich erstmal swatchen. Sekunde, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie der aussieht. Den habe ich, glaube ich, erst einmal drauf gehabt. So. Ähm, ne, kann weg. Dann von Flor, Flormar hier ein Lippenstift. Das ist so ein Knallorange, finde ich richtig, richtig toll. Ich mag die Lippenstifte von Flormar. Nochmal ein Smashbox Reflection Shine Lip Gloss, diesmal in so durchsichtiger. Äh, mein erstes Produkt, was ich zugeschickt bekommen habe, damals von Makeup Factory, den Matt Lip Fluid. Finde ich richtig toll, habe ich damals in einer Tour getragen. Wirklich immer, muss ich echt mal wieder tragen. Von P2, Full Color Lipstick, in dieser Farbe, der kann weg. Einen Vivid Matte Liquid Lipstick, kann weg. Dann von Max Factor hier so ein, den behalte ich. Dann von Essence, die Nummer 18, kann auch weg. Mein einziger Lippenstift von, äh, ist das Estee Lauder? Ich glaube schon, Estee Lauder, ja. Ist hier so ein Pure Color Lipstick in so ein, ja, es ist so ein Knallorange, finde ich irgendwie richtig geil. Deswegen behalte ich das und weil es mein einziger davon ist. Mein Urban Decay Lipstick in der Farbe... Was ist davon die Farbe? 1993? Ich habe keine Ahnung. Äh, ich hatte es mein einziger Urban Decay Lipstick, der sieht so aus, den behalte ich. Der ist richtig toll auf den Lippen, hat eine super, super, super lange Haltbarkeit. Dann habe ich hier noch von Makeup Revolution so einen hellblauen, finde ich auch nicht so gut, deswegen kommt der auch weg. Catrice habe ich mal zugeschickt bekommen, es war eine LE, hier ist so ein ganz natürlicher Ton, den behalte ich. Und ich finde diese Holzoptik einfach richtig, richtig schön, deswegen behalte ich den. Mein einziger Lippenstift so richtig, also richtiger Lippenstift von Astor, ist auch so eine, ja, so ein Braunton, den möchte ich behalten. Von Art Deco, ein dunkler Lippenstift, der sieht so aus, den... Den behalte ich, glaube ich, ja. Dann habe ich hier nochmal von Astor so eine Lippenbutter, wie gesagt, die behalte ich. Catrice Beautifying Lip Smoother kann weg. P2 Super Slim Lip Stylo kann weg. Dann habe ich hier einen ganz tollen von Essence aus einer LE. Diesen Lippenstift, den habe ich zugeschickt bekommen und ist absolut mein Traum-Lippenstift. Er hat so eine krass geile Farbe, guckt euch das an, das ist mega, so ein Grauton irgendwie. Den behalte ich auf jeden Fall. Dann von Essence einen Lipgloss, so einen pinken, der kann weg. Meine MAC-Lippenstifte behalte ich alle. Welcher ist das? Das ist, ähm, oh, das ist, ist das Angel? Ja, das ist Angel, den habe ich mal, als wir mit der Schule in Bremen waren, gekauft. Finde ich richtig, richtig klasse. Oh, NYX Intense Butter Gloss. Diese Farbe, die ist mega, die trage ich so übertrieben gerne. Die behalte ich auf jeden Fall. Dann habe ich hier noch einen von P2. Das ist einmal diese Farbe, der kann weg. Von Bare Minerals ein Liquid Lipstick. Den behalte ich. Nochmal ein NYX, ähm, wie heißt der? Liquid Süd Lippenstift in so einem Grau behalte ich auch. Ein Kiko Lippenstift, der optisch sehr, sehr schön ist. Ich weiß gar nicht mehr, was drin ist. Das ist drin und den behalte ich allein wegen der Optik, weil der von außen halt so eine schöne Farbe hat. Und zu guter Letzt für dieses Video habe ich hier von Byte einen Lippenstift. Der war in so einem Set drin. Hier so ein schöner Bärenton. Finde ich richtig, richtig toll. Könnte ich mir jetzt auch gleich vorstellen. Ja, vielleicht mache ich den gleich noch drauf. Lege ich mal beiseite. Auf jeden Fall behalte ich den auch. Und, ähm, das war es jetzt für dieses Video. Das sind die, die ich behalten habe, die Lippenstifte. Und das sind die, die wegkommen. Nur damit ihr schon mal so ein klein bisschen seht, wie viel ich behalte, wie viel wegkommt. Und den zweiten Teil gibt es dann, weiß ich nicht, in ein paar Tagen. Wartet ab. Der zweite Teil wird auf jeden Fall noch kommen. Und da werde ich dann noch sagen, wie viel ich insgesamt gehabt habe und wie viel ich aussortiert habe. Also schaltet auf jeden Fall rein. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.